Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at Die musikalische Untermalung zum Frühlingserwachen im Wiener Haus der Musik Laura Baruch und Kyle Katsch, die Frontfrauen von Karmik, Bild Karmik, ein aus I, ein Glas überdachter Innenhof, eine winterte Sommersnicker, die auf ihren ersten Tanzeinsatz warten und Vierecks zwischen internationalem Elektropop und heimischem Indie. Es ist angerichtet für die fünfte Ausgabe des Sinnesrauschen-Festivals im Haus der Musik. Vintage-Liebhaber René Mühlberger alias Prezis, Beach und Gute Laune Boy on Clou und der experimentierfreudige Multi-Instrumentalist Bernhard Eder allesamt aus Österreich sorgen am 23. März für Stimmung. Zum krönenden Abschluss des Abends entern dann noch Karmik die Bühne. Das Quartett aus Kalifornien mit dem ausgewanderten Österreicher Peter Kastner ist derzeit auf Europa-Tournee und FM4 hören unter anderem durch den Song, Faces und Higher Self bekannt. Save the Day, Samstag, 23. März 2019 ab 19 Uhr Haus der Musik Seiler Städte 30, 1010 Wien Mehr Infos zum Festival und Tickets finden Sie hier. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at Das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, LFD. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen. 是這樣, LFD. lFD. Vielen Dank.